Schön, dass du wieder dabei bist. Heute starte ich mit einem Wort aus Kolosse 1, 9 bis 11. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Was Jesus' Nachfolge ist, hat man jemand definiert als Gott hören und gehorchen. Tatsächlich erscheint es mir so, als wenn hier der Kern umrissen wird. Wir erscheinen uns, welcher Stimme im Leben wir zuhören und wem wir dann folgen wollen. Und jeder hat eine Stimme in seinen Gedanken, die ihm sagt, wie Erfolg für ihn definiert wird. Diese Stimme ist in der Regel eine nicht ungefährliche Mischung aus Erziehung, unserer Kultur, unseren eigenen egoistischen Wünschen, unserer Prägung durch die Medien, letztlich auch durch den Teufel. Kannst du im Lärm all dieser Stimmen tatsächlich den Heiligen Geist heraushören? Paulus betet das hier für die Gemeinde, dass sie fähig sind, den Willen Gottes zu erkennen, mit Hilfe des Heiligen Geistes, damit sie im Wohlgefallen Gottes leben und Frucht bringend unterwegs sein können. Gewaltig. Also hier wird Erfolg definiert als Unterordnung unter Gottes Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag hören und ihn umsetzen, dann setzt es den Segen Gottes frei. Und ich spüre, auch hier brauchen wir diese Furcht des Herrn, um zu gehorchen. Hier braucht es diese Unterordnung unter die Impulse Gottes, sie umzusetzen. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, brauchen wir einfach diese Haltung, die Jesus hatte. Er ordnete sich dem Auftrag des Vaters unter bis zum Tod am Kreuz. Und tatsächlich diese Art von Gehorsam, die erscheint Menschen immer wie so ein Kamikaze-Projekt. Jesus am Kreuz, Jesus, wie kannst du so dumm sein? Aber die Wahrheit ist, in den Augen des Vaters im Himmel erfüllte er den Auftrag und setzte den Segen für die ganze Welt frei. Auch uns offenbart der Heilige Geist den Willen des Vaters und allen, die den Auftrag des Herrn ausführen wollen. Es ist nicht immer unbedingt der Weg der öffentlichen Anerkennung, aber es ist immer der Eingang zur Freude des Herrn. Wenn wir ein bisschen rumschauen, stellen wir fest, dass die Kirche den Weg der Solidarität mit der Welt gegangen ist, aber nicht dem Auftrag Jesu treu geblieben ist. Macht zu Jüngern war mal der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und die dann wiederum andere zu Jüngern machen. Gründet Gemeinden, die wiederum andere Gemeinden gründen. Bringt das Evangelium in die ganze Welt. Das war der Auftrag. Und meine Frage auch an mich selber ist oft, wer soll mir am Ende applaudieren? Menschen oder der König aller Könige? Als Kind Gottes muss es meine Sehnsucht sein, ein Leben im Auftrag des Herrn zu führen. Und das ist mein Wunsch. Ich möchte so jemand sein, ein Jüngermacher oder wie die Amerikaner sagen, ein Hero Maker. Jemand, der andere Leute befähigt, das Reich Gottes auszuleben. Und das ist mein Gebet. Herr, ich nehme für mich dieses Gebet von Paulus in Anspruch. Offenbare deinen Willen in mir und befähige mich dann auch, jeden Tag diesen Willen umzusetzen. Ich will im Reich Gottes Frucht bringen. Und ich will täglich sehen, wie mehr und mehr dein Einfluss in meiner Welt zunimmt. Amen. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unser Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie. Vertraue und staircase. Hier ist damit, dass er für die knocking auf trocken geht. Weiter geht's. Vielen Dank.